Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Seminar der MAPAI Academy zum Thema Problemuntergründe problemlos sanieren. Heute geht es um das sehr spannende Thema historische Altuntergründe und da habe ich mir, ich will jetzt nicht sagen meinen historischen Kollegen, aber den Kollegen Markus Lesinski eingeladen. Das Fossil oder was willst du jetzt sagen? Schön, dass du da bist und du hast uns einiges an tollen Exemplaren aus dem Sammelsorium mitgebracht. Ist schon abenteuerlich, wird spannend, kann ich versprechen. Gut, wir freuen uns drauf, aber zunächst mal die Frage, warum überhaupt das Thema sanieren? Grundsätzlich merkt man, dass nach diesen Neubaujahren um 2006 jetzt seit den letzten zwei Jahren ein wahnsinniger Sanierungsboom stattfindet, also die Sanierungsjahre jetzt seit 2020. Das merken Sie auch bei Ihrer tagtäglichen Arbeit, es wird saniert ohne Ende und in den seltensten Fällen begegnen wir dann natürlich irgendwelchen neuen belegreifen Untergründen. Stattdessen haben wir es mit allerhand alten Problemuntergründen zu tun, von Holzdielen, Altkeramik, überfeuchte Untergründe bis hin zu gar historischen Untergründen wie diese hier und was es damit auf sich hat, da kommen wir jetzt zu. Wir stellen uns vor, wir sind auf einer Baustelle, sagen wir mal in Ostberlin und finden eben einen alten Belag vor, so wie jetzt hier oder wie auch hier bei uns auf dem Tisch und laut Ausschreibung wissen wir eigentlich gar nicht, was uns wirklich erwartet. Wir sollen halt den Belag austauschen, neuen Belag verlegen. Aktuell sehen wir natürlich nur den Belag, öffnet den vielleicht und sehen ein bisschen Spachtelmasse. Aber wir wissen gar nicht, was ist da jetzt wirklich drunter. Das könnte wie jetzt hier einfach ein Zementestrich sein, das könnte aber auch ein Untergrund wie dieser sein mit einer Spachtelmasse und auf einmal entpuppt sich das Ganze als Steinholz- bzw. Magnesiestrich. Also was machen wir? Wir öffnen natürlich den Belag und schauen uns mal möglichst an, was ist da unten drunter. Aber dann stellt sich noch die Frage, ist es denn jetzt Zement oder Gips? Markus? Oder vielleicht ganz was anderes? Ja, das ist die Thematik, die wir auf jeder Baustelle draußen haben. Wir haben eine Ausschreibung, wir kommen das erste Mal auf die Baustelle, wie du gesagt hast, wir nehmen den Belag hoch und dann, oh je, sage ich mal, Spachtelmasse, Zement oder Gips, alte Spachtelmasse. Ja, was ist ein Estrich unten drunter? Und du hast es schon gesagt, wir müssen also als allererstes erstmal, wir haben ja unsere Prüflichten erstmal erkennen, was haben wir jetzt für einen Untergrund unten drunter, um zu entscheiden letztendlich, wenn ich den wieder aufbohre, mit welchen bauchemischen Produkten baue ich die auf? Und wir sind ja so ein bisschen Bauchemiehersteller und da ist ja auch ein bisschen Chemie drin und was wir auf den Bildern hier mehr oder weniger sehen. Man kann also mit ein paar chemischen Tricks rauskriegen, habe ich jetzt wirklich ein Zement, habe ich ein Anidrit, beim Gussasfalter übrig, der ist schwarz und beim Steinholz, wenn wir nachher noch zu kommen, was wir damit machen. Aber es gibt da so ein kleines Fläschchen, gibt es eigentlich in jeder Apotheke. Dieses nennt sich Phenolphtaliin und da tauchen wir mal ganz kurz in die Chemie ein. Ja, das ist also im Endeffekt ein pH-Wert Messer, mehr oder weniger. Und wenn ich den Estrich, den ich da vorfinde, mal kurz anschleife und mache zwei, drei Tropfen von dieser Flüssigkeit da drauf oben, dann färbt die sich entweder rot oder bleibt im Prinzip weiß. Ja, und eine Rotverfärbung zeigt eindeutig ein Zementestrich und eine Weißverfärbung zeigt eindeutig also ein Anidritt-Estrich, entweder ein Anidritt-Vlies oder ein alter Anidritt spielt jetzt keine Rolle, aber ich weiß genau, ich habe ein Zement oder ein Anidritt und das ist erstmal schon wichtig als erster Indikator. Ich kann das auch machen mit Lackmus oder Unitas-Papier, wenn wir so an die Schulzeit mal zurückdenken, wenn man so eine Säure hatte, hat er so ein Unitas-Papier reingemacht, färbte sich das rot und im Endeffekt, wenn es blau wurde, dann hatte ich also eine basische Reaktion, dann war es also im Endeffekt eine Base und so muss man sich das hier ungefähr auch vorstellen. Zement ist halt basisch und ein Calcium-Sophat ist ein Gips und Gips ist im Prinzip als neutrale Reaktion und führt genauso zu dem Produkt, zu dem, was wir eben hier gerade sehen. Jetzt ist Gips aber nicht gleich Gips, wir sind hier schon mal Calcium-Sulfat-Estrich, konventioneller Calcium-Sulfat-Estrich und dann hast du uns hier noch ein paar ganz exotische Sachen mitgebracht, wenn ich das jetzt hier mal hochhalte. Das ist Gips, das weiß ich wohl, aber was ist denn das genau? Gut, da müssen wir ein wenig mal in die Geschichte gehen und deswegen hast du ja auch gesagt, wir unterhalten uns heute über historische Untergründe. Ich gebe dir aber eine Frage zurück, die muss ich einfach mal loswerden. Was schätzt du denn, wie lange gibt es Fußböden? Also Historie ist okay, wie lange schätzt du, gibt es Fußböden? Tja, also ich hätte gesagt, Fußböden gibt es ja wahrscheinlich so lange, wie die Menschen irgendwie sesshaft geworden sind, weil irgendwo drauf muss man ja nun mal auch laufen oder sich irgendwo einrichten, aber die Frage nach dem ersten Estrich, die würde ich dir jetzt mal zurückgeben, weil ich glaube, das ist dann doch wieder interessanter. Bleiben wir mal bei deiner Antwort, die völlig richtig ist. Also ich sage, Fußböden gibt es so lange, als es Menschen gibt und wenn man da mal so ein bisschen eintaucht, ja, oder auch in der Literatur, hatten Fußböden damals schon wie heute, wahrscheinlich wie morgen, nur zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe war, der Fußball musste gerade sein, heute würde man sagen eben, weil gerade Fußböden, wie hört sich das an, also muss ein ebener Fußboden sein, ja, weil im Endeffekt, wir haben, der Mensch ist so konstruiert, zwei Gehirnhälften, zwei Arme, zwei Beine und im Endeffekt für die Gesundheit ist es so, der Mensch muss auf zwei Füßen stehen und deswegen mussten die Fußböden gerade sein. So, das Zweite ist, man musste sich auf ihnen wohlfühlen. Da würde man heute sagen, ja, dem Verwendungszweck entsprechend müssen die Fußböden sein und egal, in welche Bauten man kommt, also ob man, ich sage mal, in alte Bogen kommt, die man sich heute anguckt oder in alte Kirchen oder wie auch immer, der Fußboden, wie gesagt, immer gerade und das Kuriose ist, dem Verwendungszweck entsprechend, bevor wir zu Estrichen kommen, es gab ja keine Materialien, es gab Holz, ja, bleiben wir bloß mal beim Holz, du bist ja auch selber Parkettleger. Ja, ich sage mal, die Leute haben sich irgendwo angefangen, mal mit Sand reinzulegen, irgendwann gestampfte Lehmböden zu nehmen und irgendwann hat man gesagt, Mensch, wir haben doch Holz, da kann man Bretter draus machen. So wurde also im Endeffekt die ersten Dielen gemacht, die also heute noch Mittelalter eingebaut, dann wurde ein bisschen rumgeschnitzt an dem Holz, so entstand ein Parkett. Im Endeffekt war das auch nichts weiter als eine veredelte Holzdiele. Ja, und wie gesagt, das geht dann bis in die heutige Zeit letztendlich hin und über den Bereich Estrich, wie gesagt, da müssen wir mal ein Stückchen weiter gucken, gucken wir mal in dieses sogenannte 19. Jahrhundert, das war ja in Deutschland eigentlich so eine revolutionäre Zeit, die meisten Erfindungen wurden gemacht letztendlich, ja, wir hatten in der Chemie, in der Physik hatten wir Erfindungen, wir hatten in der Musik, in der Kunst, wir hatten Lessing, wir hatten Goethe und Schiller, wir hatten in der Musik Haydn und Mozart und da wurde auch viel experimentiert und geforscht und alles, was irgendwo erfunden wurde, zum Patent angemeldet und wenn wir jetzt mal beim Bodenbelag bleiben, gehe ich einfach nur mit das Jahr 1863, da gab es also einen Sir Frederick Walton, die einen oder anderen haben den Namen schon mal gehört, der wollte Handtaschenleder erfinden und rausgekommen ist im Endeffekt Linoleum. Muss man sich so vorstellen, so wie mit der Porzellanerfindung, ja, von Böttcher, der wollte Gold machen und was kam raus? Porzellan. Und hier wurde, wie gesagt, ein Bodenbelag erfunden, der eigentlich revolutionär war, man hatte ja in den Wohnungen quasi nur Dielen drin und man konnte also eine geschlossene Fläche herstellen, dieses Linoleum konnte man im Prinzip aus, das wurden die ersten Boden genagelt, ja, und man hatte geschlossene Flächen, man konnte da Drucke draufbringen, also ganz, ganz tolle Sachen und so ist eigentlich das Linoleum entstanden als erster Bodenbelag und weil du den Estrich ansprachst, wenn wir mal ins Jahr 1867 gehen, da gab es einen, ja, ich sage mal einen französischen Physiker, Stanislas Sorel, der hat also auch ein bisschen mit Chemikalien rumgefummelt und im Endeffekt hat der, ich sage mal, Magnesiumoxid, was ja im Prinzip in der Steiermark abgebaut wurde, in großen Steinbrüchen, mit Magnesiumchlorid gemischt und hat rausbekommen, also ich sage mal einen ganz leichten Stoff, so wie hier und der war im Prinzip hart wie Beton. So und wie gesagt, wenn man diesen ein bisschen mischt mit noch so ein paar Zuschlagstoffen, der war also affin für Holz und für Kork und so weiter, konnte man mit diesem Material große Flächen herstellen, ähnlich wie beim Linoleum, ja, also einfach oben drauf packen auf diese Holzdiele, große Flächen, eingefärbte Flächen, super Dinge, wo man also im Endeffekt nachher, den man also auch als Nutzboden nutzen konnte und so war im Endeffekt geboren, ich sage mal so der erste, ja, der erste Steinholz, sage ich mal, hart wie Stein und mit Holzbestandteilen, deswegen also im Endeffekt Steinholzestriche. So und diese Steinholzestriche waren dann einfach so die ersten Estriche, die man hatte und die wurden also im Prinzip dort in Größenordnung letztendlich verbaut. Ja, zu diesem Jahrhundert, das war die eine große Entwicklung, auf die wir heute zurückgreifen können und die zweite ist, wenn man mal in den Harz geht, also im Prinzip in die Bereiche dort, wo, ja, ich sag mal, Rottleberode oder in Ilfeld, also im Prinzip in diese Bereiche, da sind riesengroße Gipsvorkommen und das war also auch so eine Erfindung, sage ich mal, des 19. Jahrhunderts, man hat Gips abgebaut, ja, man hat den gemahlen, man hat den getrocknet und wusste genau, wenn ich den wieder mit Wasser zusammenbringe, diesen ersten Gips, dann reagiert der miteinander und da hat man also im Endeffekt für die Maler heute ist das ganz bedeutend, also im Endeffekt diese Gipse gemacht, diese Stuckateursgipse, die es heute noch gibt. Ein paar haben sich da auch mit dem Fußboden versucht, das ging aber in die Hose, das hat man dann irgendwann sein lassen. Man hatte ja im Prinzip einen Estrich, den man irgendwo einbauen konnte. Ja, und wenn wir mal weitergehen, diese Steinholzestriche wurden also eingebaut, meistens in zwei Schichten, man hatte also eine Unterschicht, die war also etwas, sagen wir mal, etwas gröber, muss ich mal sagen und man hatte eine Nutzschicht, deswegen sind die also, wenn wir sie heute finden, im Prinzip dort, ja, ich sag mal, als Zweischichtestriche, dort fände ich die vor. So, und wenn wir mal weitergucken, wie lange die eingebaut worden sind, ich sag mal, noch 1880, irgendwann begonnen, da gab es also richtig den Beruf des Steinholzlegers, muss man ganz ehrlich sagen, und die wurden also bis eigentlich in die, ja, heutige Zeit, in die 70er Jahre im Prinzip noch verbaut. Da gibt es also ganz besondere, ja, ich will mal sagen, Bauvorhaben, wenn wir uns das vielleicht mal angucken. Nochmal Sachen zu den Eigenschaften vielleicht zu diesem Steinholz, ja, druckfest, leicht, wir haben es gesehen, wenn ich sehe, wie leicht der ist im Prinzip, der wiegt die Hälfte von so einem Zementestrich. So, fußwarm, kommt noch dazu, und was eigentlich bis in die heutige Zeit interessant ist, ist der Feuchtigkeitsausgleich, ja, durch diese Holzschwene, wie ich drinne habe, ist so ähnlich wie beim Parkett, ja, die werden also heute neu wieder verbaut in Energiehäusern, da werden also Wände gebaut, also im Endeffekt aus Steinholz, weil die Feuchtigkeit im Prinzip reguliert sich in diesem Haus selber. Das ist also kein Urprodukt, sondern eigentlich wieder eine der, gerade, wie soll ich mal sagen, eine neue Renaissance erlebt im Zuge der Nachhaltigkeit. Ja, ist wirklich so, ja, also Steinholz, es gibt in Österreich Firmen, die machen Steinholzplatten, die bauen die in diese Häuser wieder ein, ist eigentlich kurios, also nicht nur Fußboden, ich bin der Meinung, der wird vielleicht auf dem Fußboden auch irgendwann wiederkommen. Ja, und das Zweite ist, er hat noch eine hohe Leitfähigkeit, das heißt, wenn man da im Prinzip drüber weggeht, nicht wie beim Kunststoffbelag, wo man sich jetzt, wenn wir mal aufladen kann, ja, gerade bei den Belegen, wo wir über Ableitfähigkeit von Wohnbelegen sprechen, das hat ja alles nicht durch diese natürliche Haushaltsfeuchte, die er da drinne hat. Aber es gibt ja nicht nur Vorteile. Ja, die Nachteile sind im Prinzip, ist die Feuchtigkeitsbeständigkeit, weil die Reaktion zwischen dem Magnesit und der Chlor-Magnesium-Lauge, die kehrt sich um, wenn der Wasser runterkriegt. Und wenn ich jetzt beispielsweise bei uns beim Fußboden bleibe und ich habe so ein Sanierungsobjekt und der Maler kommt und wäscht die Tapeten ab, dann kann es also schon sein, dass diese ganze Feuchtigkeit, die dann auf der Erde oder auf dem Ästlich ist, dadurch zuführt, dass der Ästlich im Prinzip in sich kaputt geht. Ist einfach so. so. Und das Zweite steht hier noch drinne, in den, ja, würde ich mal sagen, in den 50er-Jahren wurde auch viel Asbest verbaut in Deutschland. Und das ist also der erste Knackpunkt, wenn man Steinholze vorfindet und weiß, es ist ein Steinholz, dann sollte man unbedingt prüfen lassen, ist da Asbest drinne oder ist da kein Asbest drinne. Jetzt hast du gerade schon mal gesagt, es gibt so ein paar ganz berühmte Gebäude, die wir jetzt nochmal vorstellen möchten, wo wirklich die Blütezeit des Steinholzes eigentlich war. Ja, die Blütezeit war so zwischen 1920 und 1930, ja, also da gibt es die sogenannten Bauhäusler, das ist also kein Maumark, sondern das ist letztendlich ein Architekturstil, ja, in Weimar geboren, dann nachher über Dessau nach Berlin gezogen und die haben sich also, wie gesagt, mit diesem Steinholz eigentlich beschäftigt und denen eigentlich zu so einer richtigen, will ich mal sagen, so richtigen Blüte verholfen. Natürlich, klar, das Bauhaus Dessau liegt der Steinholz drinne, Bauhausuni in Weimar, ja, oder Gelsenkirchen, Brotfabrik, spannend, aber es gibt also richtig große Objekte, wo dieser Steinholz verbaut wurde und das ging bis zum Krieg und auch nach dem Kriege. Im Endeffekt war Steinholz im Prinzip immer noch die Nummer eins des Fußbruns, muss man ganz ehrlich sagen. Und in der Nachkriegszeit, hier die Siemensstadt Berlin ist eigentlich bekannt für Steinholz-Estriche, wenn wir mal gucken, die Stalinallee, die heute hier Karl-Marx-Allee in Berlin, die müsste eigentlich auch jeder kennen, diese ganzen alten Stalin-Brunkbauten, sage ich mal, sind überall in dieser Steinholz drinne und verbaut. Und das größte Objekt, was im Moment gerade ansteht, ist die Sanierung des KDE in Brora, ja, also Kraft durch Freude, kennt man eigentlich auch, das ist ein 4,5 Kilometer langes Haus. Ja, war früher also im Prinzip, ja, nach der Wende dann Armee-Kaserne und wie gesagt, dort werden jetzt also die modernsten Ferienwohnungen auf Rügen gebaut, ganz tolle Dinge. Aber wenn man mal überlegt, so eine Million Quadratmeter Steinholz vor sich zu haben, da brauchen wir natürlich auch Lösungen für, ja, weil Steinholz ist schon mal eine angenehme Sache. Ja, das kann also bis zum Totalschaden führen, dass der also komplett raus muss. Das kann aber auch dazu führen, dass man sagt, wir lassen den drin, gerade im Wohnungsbau auch, in Leipzig, in Berlin, an Randgebieten, überall finden wir also im Sanierungsbereich diese Steinholz-Estriche, die auch noch tragfähig sind. Und wo man sagen kann, okay, komm, auch wenn der 100 Jahre da drinne liegt, wir können den noch sanieren. Okay, also getreu dem Fall, dass dieser Steinholz-Estrich jetzt nicht so aussieht wie hier in dem Bild, sondern er ist wirklich noch tragfähig. Wie bauen wir darauf am besten auf? Ja gut, das Erste, was man wirklich machen muss, diese Steinholze sind alle im Verbund eingebaut worden. Da muss man sagen, aufgrund der, ja, der Dünne dieser Estriche, muss man sagen, sind die nicht im Prinzip wie heute von der Estrich-Technologie schwimmend oder in diesen Dickschichtbereichen eingebaut worden, sondern die sind im Prinzip immer im Verbund eingebaut worden. So, und da muss man also erst mal gucken, wie ist die Festigkeit zum Verbund? Ja, wenn die da ist, also im Prinzip zum tragenden Untergrund, ist es kein Problem. Wenn ich den abraster und der hole, dann muss er raus. Das Zweite ist, wenn ich erdangrenzende Bereiche habe, also sprich im Erdgeschoss unten und kein Keller unten drunter, ist es genauso gefährlich. Immer daran denken, wenn jetzt ein dampfdichter Belag oben drauf kommt, ein LVT oder ein Linoleum-Belag, ja, muss ich immer damit rechnen, ich mache den Belag oben dicht und im Endeffekt, es kann nachschiebende Feuchtigkeit von unten kommen, die den Steinholz dann sogar zersetzt. Das sind die beiden Sachen, auf die man eigentlich achten muss. Und das Zweite ist, hier gehört natürlich ein Spezialaufbau drauf. Da kann ich also keine westliche Grundierung nehmen, mach den Steinholz wieder kaputt, hier muss ich mit Reaktionsrat, mit Epoxy oder PU im Prinzip oben aufbauen. Okay. Und dann funktioniert das. Und dann am besten Fasermirtsspachteln, weil so ein gewisses Risiko von Rissbildung oder ähnliches gibt es natürlich dann trotzdem irgendwo. Und da empfiehlt sich dann eine spannungsarme Gipsspachtelmasse, zum Beispiel Planitex Fast unter Zugabe von Fasern. Alternativ geht natürlich auch ein Glasfasermirungsgelege wie Mappenet.fm. Was ist, wenn der jetzt rauskommt, so wie jetzt auf diesen Fotos? Dann muss ich natürlich irgendwo neu aufbauen. Ja gut, dann muss ich neu aufbauen. Ich muss diese Schicht im Endeffekt wieder ausgleichen. Und da reden wir dann im Prinzip über Dünnestriche, die ich einbauen kann. Schnellestriche, also schnell trockene Dünnestriche, so wie Ultraplan Maxi oder wie Ultraplan TS. Braucht natürlich die entsprechende quarzgefüllte Grundierung dazu, weil ich ja einen Schichtdicken irgendwo von zwei oder drei Zentimeter komme. Aber wie gesagt, das ist es heute mit den Trockenzeiten. Kein Thema mehr. Ein Zentimeter Trockenzeit pro... Ein Tag pro Zentimeter. Genau so. Aber überhaupt kein Problem. Das geht hin. Das Einzige, du hattest vorhin mal eben gesagt, bei den Vorteilen vom Magnesier, der hat natürlich eine schöne Trittschalldämmung. In dem Moment, wo ich den jetzt raushacke und spachtel im Verbund mit einer Zementspachtelmasse wieder auf, habe ich natürlich einen total geänderten Trittschall. Und da sollte ich zumindest meinen Auftraggeber mal darauf hinweisen. Das ist richtig. So, und wir hatten gerade gesagt, wenn aufgebaut wird auf dem Magnesier, dann bevorzugt mit einer spannungsarm Gipsspachtelmasse. Und hier sehen wir auf den Fotos, was passiert, wenn ich das nämlich nicht mache. Hier war ein alter Magnesier-Steinholz-Estrich, der zugegebenermaßen auch nicht mehr ganz so gut in Schuss war. Und da wurde dann hier mehrere Millimeter, also fast schon anderthalb Zentimeter, mit einer Zementspachtelmasse oben drauf gespachtelt. Und diese Spannung haben dann den Steinholz-Estrich unten drunter dann wirklich komplett zerrissen. Von daher hatte ich schon gesagt, Planitex Fast als Hybrid-Spachtelmasse, genauso spannungsarm wie Gips, aber trotzdem mit der schnellen Trocknung von Zement. Das ist wirklich hier zu empfehlen, gerade bei der Sanierung solcher Untergründe. Ist ja eigentlich auch wie ein Dünn-Estrich, wenn ich es mal überlege, was die Trockenzeiten betrifft. Und ich kann die ja auch bis drei bis vier Zentimeter aufspachtelten. So, jetzt sind wir aber bei diesem schönen Leunit-Estrich, den wir hier schon hatten. Und da bin ich mal gespannt, was du uns dazu zu erzählen hast. Ja, da müssen wir einfach mal kurz weitergucken. Also im Endeffekt, am Ende des schrecklichen, sage ich mal, vielleicht Zweiten Weltkrieges, gab es ja im Prinzip als Ergebnis zwei deutsche Staaten. Und ich sage mal, während die Bundesrepublik im Endeffekt mit Steinholz zuerst weiterarbeitete, beziehungsweise nachher mit Zement, die Sachen dann auch irgendwo genormt wurden. Interessant vielleicht mal hier an der Stelle zu erwähnen, dass so die schwimmenden Zement-Estriche, so die schwimmenden Estriche, wie wir sie heute kennen, eigentlich erst im Jahre 1952, 54 Eingang gefunden haben in die Bauchemie. Bis dahin wurde ja im Prinzip auch weiterhin verlegt. Und in der übrig gebliebenen DDR hatte man auf einmal im Prinzip die Rohstoffbasis nicht mehr für diesen Stellenholz, also dieses Magnesit, was aus Österreich oder aus Südtirol kam. Und wenn man jetzt mal zurück überlegt, was wir vorhin gesagt haben, man erinnerte sich diese alten, ja, Gipsvorkommen im Harz in Elrich. Und man hatte dann dort weiter experimentiert und hat auf der Basis von Steinholz diesen Gips, ich sage mal, abgebaut, salonfähig gemacht, in großen Drehräufe getrocknet, ihn, ich sage mal, von einer Abbindegeschwindigkeit etwas gesteuert. Und so hat man im Prinzip im Endeffekt quasi als Ersatz für Steinholz, auch im zweischichtigen Aufbau, nur halt nicht mit Holzspänen, sondern mit anderen Produkten, die man hier eingemischt hat, hier unten drunter, also Estriche gebaut. Das waren die sogenannten, ja, ich will mal sagen, Lölnit. Eins Estriche, warum Lölnit, könntest du jetzt fragen, wurden also gemacht. Dieser Antitrittbinder wurde gemacht in der VEB Lölnerwerke Walter Ulbricht und deswegen kam also auch der Name Lölnit zustande. Die wurden auch eingebaut wie in Steinholz, in großen Fässern angemischt, eingespachtelt. Eigentlich eine irre Sache. Und die findet man heute also, wie gesagt, im Wohnungsbau. Ist nicht mal der schlechteste Boden. Und ja, gab es also auch Normen, Vorschriften. Was heute die Normen sind, waren da damals in der DDR die sogenannten TGL. Das waren also technische Güte- und Lieferbedingungen, eigentlich zu vergleichen mit so einer heutigen Norm, wo drin steht, wie das wieder dort eingebaut wird. Ja, war ein bisschen umständlich, aber wie gesagt, das funktionierte. Und wenn man die sich heute anguckt, ja, die gibt es also als Zweischichtbelege. Ja, die oberste Schicht etwas gelblich eingefärbt. Das kommt von dem Eisenoxid her, was man also aus dem Naturgips im Prinzip beim Abbau immer noch als Verunreinigung mit drin hatte. Und den konnte man also auch einfärben in unterschiedlichen Farben. Und wie gesagt, wurde als Nutzboden verwendet. Ist überhaupt kein Problem. Konnte oben gebodert werden. War für alle Bereiche geeignet. Eigentlich eine ganz tolle Sache. Tja, was gibt es dann noch? Du hast was gesagt vorhin von Karl-Marx-Städter Trockenfußboden. Die gab es also wirklich. Also in der DDR gab es für die Geneurer. Und da konnte man auch eine ganze Menge Geld verdienen. Und da hat man eigentlich gesagt, ja, mit diesem Fußböden hier, im Endeffekt, wir können doch da auch andere Sachen machen, drunter bauen, wenn diese Lönitzschicht in sich trägt. Und wir sehen das mal hier. Ja, das ist also wie gesagt so ein Karl-Marx-Städter Trockenfußboden. Heute würde man sagen Chemnitzer Trockenfußboden. Karl-Marx-Städt gibt es ja nicht mehr. Und da hat man eigentlich diese Unterschicht, diese billige Schicht ersetzt durch sogenannte zementgebundene Holzspäneplatten. Oder Sauerkrautplatten, ja. Man kennt die vielleicht so irgendwo von der Isolierung her. Und hat die quasi unten drunter gebaut und hat den Lönitz dann oben drauf gezogen. Das war wie gesagt dieser Karl-Marx-Städter Trockenfußboden. Und wenn man solche Konstruktionen heute öffnet, dann sieht das also teilweise so aus, wie wir hier sehen. Da hält eigentlich nur noch die Belachkonten, die oben drauf liegt, die ganze Konstruktion unten drunter zusammen. Also ich sag mal so ein Karl-Marx-Städter Trockenfußboden im Wohnungsbereich im Prinzip. Gerade im Süden in Dresden oder südlich von Berlin, also der ganze Süden, hat man diese Dinge eigentlich zu vielen, vielen 10.000 Quadratmetern verbaut. Und hier muss man wirklich sagen, also eigentlich zu, ja ich sag mal zu 80 Prozent rausschippen. Rausschippen, neue Konstruktion rein. Entweder wieder als Dünnestrich oder als, ja, als Plattenkonstruktion. Okay. So, dann, das war so die erste Generation an die Dritt. Und dann gibt es zwei Jahre, die eigentlich ganz bedeutend waren für die DDR. Das waren so die Jahre 1971 bis 1973. Und da gab es den sogenannten achten Parteitag, der eigentlich die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik beschloss. Du wirst jetzt das noch nicht kennen, aber du hast eigentlich wahrscheinlich viel zu jung. Aber man muss sich das vorstellen. Die, die, die Nachkriegsjahre waren zu Ende. Die beiden Republiken existierten nebeneinander. Es gab da auch so einen gewissen Konkurrenzkampf. Industriell war die DDR eigentlich schon lange abgehangen vom, vom, vom Westen der Republik. Und ich sag mal auch im Wohntechnischen. Und da hat man gesagt, wir machen jetzt was. Wir machen was jetzt für die Bürger. Und es wurde also im Prinzip ein Wohnungsbauprogramm aufgelegt in der ehemaligen DDR. Und es wurde beschlossen, wir bauen drei Millionen Wohnungen. So, und bei 17 Millionen Einwohnern kann man sich ja vorstellen, dass eigentlich im Endeffekt drei Millionen, die Kinder noch dazu. Also ich sag mal, die Hälfte der Republik sollte in ihrer eigenen Wohnung, also nicht jedem eine Wohnung, sondern jedem seine Wohnung wohnen. Und da hatte man sich für diese Plattenbauten entschieden. Und genau in dieser Zeit im Endeffekt entstanden die großen, ja, will ich mal sagen, Plattenbauten wie Berlin-Hohenschönhausen, wie Berlin-Marzahn, wie Leipzig-Grünau. Ja, also in allen großen Städten wurden diese, diese Wohnbauten gebaut. Tolle Sache, muss ich sagen. Du hattest Warmwasser aus der Wand, du hattest Fernheizung, du hattest Polykliniken draußen, du hattest Kaufhallen draußen, du hattest Schulen draußen. Polykliniken waren so die ehemaligen, ja, heute sagt man Ärztehaus dazu. Das war so die damalige Polyklinik. Ja, aber das waren im Prinzip, jeder wollte in diese Wohnungen ziehen, ja, und im Endeffekt war eigentlich eine super Sache und diese hat man dann so im Taktstraßenprinzip gebaut. Ja, das heißt also im Prinzip, es gab da Jugendbrigaden, die sind dann, wir sind dann nach Berlin gezogen, wir bauen Berlin auf oder wir bauen Leipzig auf. Ja, und im Endeffekt hast du vorne Baustelle gehabt, wurde ausgehoben und im Endeffekt hinten im letzten Block wurden schon die Bodenbeläge verlegt. Und da sind wir schon wieder bei unseren Bodenbelägen. Es wurde also im Prinzip eine 2, ich glaube es waren 2 Billiarde Ostmark aufgebaut oder ausgegeben, um diese Taktstraßen zu bauen. Und da konnte man natürlich auch Maschinen einkaufen. Man hatte dann schon die ersten Fließestriche, also nicht mal Leunet 1, sondern das war der sogenannte Leunet 2. Ja, und konnte also im Endeffekt so wie heute die Gipsestriche eingepumpt werden, so hat man die letztendlich da auch eingepumpt. Der Unterschied war im Endeffekt, die Flächen waren glatt, super Sache und die Bodenbeläge, die man hatte, die ja auch mittlerweile entwickelt wurden in Kohlmühle, in Plaspelag-Dessau oder ja, das waren also in Ammendorf, das waren also Bodenbeläge, die dann direkt auf diesen Estrich im Endeffekt geklebt wurden. Und ich habe hier vorne nochmal so ein Schätzchen mal mitgebracht, also im Endeffekt so wie heute, wir haben auch geprüft oder man wurde auch geprüft damals, wie die Feuchtigkeit dieser Estriche war, auch mit dem CM-Gerät. Das war also das CM-Gerät der damaligen Zeit hier und das mal anhebt, da braucht man schon ganz schön Kraft, wenn man den eine Viertelstunde schütteln will. Aber es wurden also auch damals gewartet, bis die Estriche trocken waren und dann wurden die Belege da oben drauf geklebt. Und wenn der Estrich noch ein bisschen Feuchtigkeit hatte, dann war das auch nicht so schlimm, weil das waren alles, ich sag mal, Fließbeläge beziehungsweise ja, mit so einem textilen Rücken hinten dran, die also auch ein bisschen Feuchtigkeit letztendlich vertragen haben. So, die Frage ist, wenn ich jetzt diesen alten Leunit-Estrichen begegne, ob Leunit 1 oder Leunit 2, wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich einen neuen Bodenbelag verlegen möchte? Ist überhaupt kein Thema. Unser Prüfflechten gucken, ist der im Prinzip dort fest und tragfähig. Und wenn ich mir die Estriche angucke, die haben letztendlich ihre Tragfähigkeit noch. Ja, ansonsten, wenn der halt irgendwelche Risse hat, wenn die Risse saniert, dann wird im Prinzip im Endeffekt nachher, ja, grundiert mit, reicht eigentlich eine normale Dispersionsgrundierung. Und dann im Endeffekt nachher auch mit Gipsspachtelmasse, weil das sind ja Gipsuntergründe, im Prinzip oben abspachteln. Und wenn ich mir selber noch was Gutes tun will, dann tue ich in die Gipsspachtelmasse Fasern rein oder ich nehme ein Fasernetz unten drunter und schaffe eine eigene, ja, tragfähige Schicht, die da oben drauf kommt. Was ist, wenn alte Klebstoffreste vorhanden sind? Was wurden für Klebstoffe verwendet und muss ich die alle runterholen? Muss ich da vielleicht wasserfrei grundieren? Eigentlich, der Blick reicht schon aus. Es gab also zwei Sorten von Klebstoffen. Das eine waren die sogenannten Pelasal-Klebstoffe. Das waren also Kleber, ich sag mal, auf wässriger Basis. Und es gab sogenannte Sophita-Blaue-Klebstoffe, die man eigentlich schon erkennt, wenn ich die Belag-Konstruktion öffne, die sind also braun unten drunter. Und wenn man einfach noch mal ein bisschen Feuchtigkeit darauf macht, da von mir aus, von einer Selta- oder Bronzeflasche, dann dauert es vielleicht ein, zwei Minuten und mein Daumen ist braun, dann sehe ich, das sind also alte Sophita-Blaue-Klebstoffe. Und da ist natürlich Vorsicht geboten. Das geht also nur mit, ich sag mal, mit Reaktionsharz oder mit Epoxy. Ja, genau auf die wollte ich hinaus. Ja, das ist diese Risikoabschätzung. Gerade bei diesen Altuntergründen sage ich immer, wir müssen uns dessen bewusst sein, was wir da machen. Ja, und alles, was wir haben, ist irgendwo sanierbar. Und wir haben auch spezielle Sanierungssysteme, aber man muss wirklich darauf achten, wie hoch ist mein Restrisiko, was letztendlich irgendwo bleibt. Aber ansonsten, denke ich mal, kann ich da jeden Belag rum drauf verlegen. Okay, gut. Und dann haben wir noch einen schönen, den finde ich auch sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Wenn wir uns den mal angucken hier, diesen roten Boden, der auch sehr oft mit Steinholz-Estrichen verwechselt wird. Viele machen den auf und sagen, das ist ein Steinholz. Nee, das ist ganz was anderes. Wenn wir uns diese Leunit 1 oder 2 angucken, das sind ja Gips-Estriche. Und die sind also von der Oberfläche bleiben die Gips und die sind auch in gewisser Weise irgendwo weich und nicht unendlos belastbar. Und jetzt hatten wir ja vorhin gesagt, in diesen Neubauvierteln standen ja Polykliniken, da standen Schulen, da kann Kindertagesstätten. Ich brauchte also eine Schicht, die oben drauf kommt, die auch so richtig belastbar ist. Und das ist der sogenannte PVA-Spachtelboden. Ja, ich habe den mal mitgebracht, man kann den mal hier sehen. Den gibt es also in zehn verschiedenen Farben und wir finden die heute draußen noch in diesen Bereichen. Und man findet den als grauen, als roten war sowieso, aber als graue Kombination, als blaue, als grüne Kombination. Es gibt da also verschiedene Farben. Und hier ist es also auch, das ist ein Spachtelboden als Nutzboden, der wurde aufgespachtelt in sieben Schichten und hat diese Härte, die wir hier heute finden und wenn der fest mit dem Untergrund verbunden ist, also wenn man auch die richtige Grundierung hatte und auch den richtigen Bodenleger und man findet heute diese Dinge, auch viel heute noch in den Bundeswehr-Kasernen verwendet, dann kann ich ohne weiteres oben drauf gehen, muss aber darauf achten, ich habe nicht saugenden Untergrund. Das heißt, ich brauche dann schon wieder eine spezielle Grundierung, die ich oben drauf bringe, um dann nachher oben zu spachteln und meinen Belag drauf zu legen. Und wenn der hohl liegt, das höre ich beim Abraster, wenn der hohl liegt, dann kann ich dann mit dem Spachtel letztendlich drunter gehen und kann den eigentlich entfernen und dann muss der raus. Also wenn der in sich hohl liegt, ist eigentlich kein Aufbau mehr möglich. Okay. So, jetzt haben wir schon einige Fußböden hier durchgenommen und auch einige Empfehlungen gegeben. Vielleicht fassen wir das nochmal so ein Stück weit zusammen hier als Übersicht. Angefangen mit dem Magnesier-Steinholz, da hattest du gesagt, 75, 80 Prozent der Fälle muss raus. Da muss ich dann entsprechend mit einem Dünnestrich oder irgendwas ähnlichem aufbauen. Wenn der wirklich fest liegt, dann kann ich wasserfrei mit PU oder mit Epoxidharzgrundierung zum Beispiel Ecoprim PU1-Kartobo grundieren, um das Ganze vor Feuchtigkeit zu schützen. Mach noch eine Haftbrücke drauf, zum Beispiel Ecoprim Grip Plus und spachtel dann bevorzugt mit einer faserarmierten Gipsspachtelmasse. Gleiches gilt für den Karl-Marx-Städter Trockenfußboden. Allerdings ist auch der in den seltensten Fällen wirklich noch tragfähig. Also auch da meistens raus und neu entsprechend aufbauen. Leunit 1 und 2. Leunit 1, 50 Prozent der Fälle, haben wir jetzt mal hier festgehalten, kann man meistens noch aufbauen. Der Fließanhydrid, meistens, also sogar noch öfters, dass der noch gut in Schuss ist. Auch da kann man dann entsprechend mit einer Gipsspachtelmasse spachteln, meist sogar nur mit einer Dispersionsgrundierung grundieren. Es sei denn, es ist wasserlöslicher Kleber drauf, dann natürlich auf jeden Fall wasserfrei, zum Beispiel mit Ecoprim PU1-Kartobo. Und der PVA-Spachtel, wenn er denn festliegt, dann mit Ecoprim Grip Plus für einen nicht saugenden Untergrund als Haftvermittler drauf und dann entsprechend wahlweise mit Zement oder Gips eben spachteln. Und andere Variante, er springt einem schon vom Angucken entgegen in kleinen Glasscherben, dann kann ich ihn natürlich nicht mehr retten. So, jetzt haben wir schon einige Produkte auch benannt und gerade die Grundierungen, da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ecoprim T Plus, Universal-Dispersionsgrundierung und das ist ein Konzentrat, was ich dann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes individuell einstellen kann. Dann habe ich jetzt so ein Leunit-Estrich, also auf Gipsbasis, genauso wie heute ein Calcium-Sophat-Estrich, dann grundiere ich hier 1 zu 2 mit Wasser verdünnt. Habe ich einen stärker saugenden, etwas porösen Zement oder Beton, der trocken ist, dann kann ich hier auch 1 zu 3 oder sogar 1 zu 4 verdünnen. Und selbst auf nicht saugenden Untergründen, wie Gussasphalt beispielsweise, kann ich auch hier dann unverdünnt bzw. 1 zu 1 verdünnt das Ganze anwenden. Dabei ist Ecoprim T Plus unglaublich schnell trocknet, wenn ich auf gleicher Materialbasis arbeite, also zum Beispiel Gips auf Gips, hatten wir jetzt ein paar Mal das Beispiel, dann habe ich da gerade mal 10 Minuten an Trocknungszeit. In dem Moment, wo ich mit einer Dispersion nicht mehr weiterkomme, wo ich eben wasserfrei arbeiten muss, dann nehme ich Ecoprim Pew 1K Turbo beispielsweise. Die hat einen Vorteil gegenüber Epoxytharzt, dass sie einfach sehr, sehr schnell trocknet bzw. aushärtet. In dem Fall, nach zwei Stunden kann ich da schon weiterarbeiten und ich brauche das Ganze auch nicht mit Quarzsand abstreuen, sondern mache einfach nochmal einen Haftvermittler drauf. Und da geht übrigens dann auch Ecoprim T Plus von der vorherigen Folie dann auch unverdünnt hier als Haftvermittler. Ja, und eingangs hatten wir schon mal irgendwo gesagt, Faserarmierung als Alternative gibt es auch ein Glasfaserarmierungsgewebe. Das ist neu bei uns im Sortiment, nennt sich Mappenet FM. Die kann ich vollflächig auf dem Untergrund auslegen, wenn ich beispielsweise wie jetzt hier auf den Bildern irgendwie einen Altuntergrund habe, der dann schon mal hier und da gerissen ist oder Ausbrüche aufweist. Beim Lunit auf den Fotos hatten wir es dann auch schon mal hier und da gesehen. Da kann ich einfach zur flächigen Stabilisierung des gesamten Untergrundes mit Mappenet FM eingebettet in die Nivelliermasse hier das Ganze einfach verstärken. Ist also die Fasertüte auf der Rolle, so verstehe ich jetzt mal als Handwerker. Ja, also spätestens wenn ich größere Flächen habe und pumpen muss, dann wird es mit der Faserzugabe zur Spachtelmasse ja eh schwierig. Da ist einfach so ein Glasfaservlies echt eine Hilfe und sorgt für eine Stabilisierung. Ja, und dann hattest du gesagt, im Westen wurde ja dann mit Magnesia weitergearbeitet, bis dann der Zement kam. Wie ging es dann weiter bis zur Neuzeit, um das abzuschließen? Ja gut, dann haben wir im Prinzip die Estriche genormt. Ja, wir haben ja alles heute in Deutschland unterliegt gewissen Normen. Wir haben die DIN 1865 für Zementestriche, die unterschiedlichen Konstruktionen vom Verbund Estrich über Estrich auf Trennlage bis schwimmende Estriche. Die haben also im Endeffekt ihren Siegeszug dann gemacht, diese Estriche. Und im Prinzip, ja parallel dazu die Calcium-Sophat-Vlies-Estriche, die es ja heute gibt, als ja von der Rauchgasentspeflung oder Natur an die Dritte. Wir müssen ja auch mal sehen, wie es im Endeffekt weitergeht, was die Energiebilanzen betrifft. Und ich denke mal, heute sind diese Estriche heute alle genormt und unterliegen natürlich diesen Standards, die man hat. Und da haben wir ja im Prinzip auch unsere ganz normalen Aufbauten. Über ein Relikt müssen wir aber trotzdem noch mal sprechen, weil man immer sagt, in der DDR gab es keine Spachtelmassen. Also in der DDR gab es auch Spachtelmassen, aber gibt Spachtelmassen. Wir waren ja die Gipskünstler und das muss ich sagen, wenn wir hier sehen, ohne alte Schichten oder mit alten Schichten. Wenn wir diese alten Spachtelmassen haben und gerade auf diesem Bild sieht man hier nochmal, das sind so diese alten Relikte, die man unten drunter hat. Wir hatten ja gesagt, Angetritt wurde also direkt der Belag drauf verklebt in diesen Neubauwohnungen und auf Zement. Hatte man auch damals schon erkannt, dass man da auch nicht mit Pelasal oder so Fiederlaue kleben kann. Da wurde also gespachtelt. Und diese alten Relikte, diese Gipsspachtelmasse, die muss hundertprozentig raus. Es gibt also keinen Aufbau mit keinem Bauchemiehersteller und auch mit keinem Zement- oder Gipsprodukt, wenn diese alten DDR-Gipspachtelmassen verblieben sind auf diesen Zementestrichen. Weil da würde im Prinzip jeder Belag, der oben drauf kommt, mit der Spachtelmasse diese alten Dinger im Endeffekt nachher hochziehen. Also das ist die einzige Warnung, die eigentlich, wo man sagt, da geht gar nichts mehr. Also alte DDR-Gipspachtelmassen auf Zementbasis, besonders auf Zementestrichen, grundsätzlich raus. Alles klar. Das war eigentlich ein schöner Abschluss. Denn dieses ganze Thema alte Schichten, alte Spachtelmassen, Klebstoffschichten, da kann man, denke ich, nochmal ein eigenes Seminar zu füllen. Und das haben wir tatsächlich auch gemacht. Nämlich bei den anderen fünf Teilen dieser Videoreihe nach den historischen Altuntergründen kommen wir dann tatsächlich auch zu den alten Schichten und daneben dann auch zu nicht saugenden Untergründen Holz oder feuchtem Beton. Wenn Ihnen also dieses Video gefallen hat, dann schauen Sie gerne mal bei uns in der Mediathek vorbei oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Da geht es dann eben mit den anderen Themen weiter. Ansonsten weitere Infos rund um das Thema Renovierung und Sanierung gibt es natürlich auch auf unserer Website wsd-wiewir-sanieren-deutschland.mapper.de. Da finden Sie sämtliche Systemlösungen und weitere Tipps und Tricks für die tagtägliche Praxis. Ein herzliches Dankeschön an dich, Markus. Gerne. Das war sehr informativ, hat sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei der MAPAI Academy. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.